Willkommen beim Rocktogether am Donauinselfest. Ihr seht, was da los ist, was wir auf die Beine gestellt haben, aber das nur durch euch. Aus ganz Österreich sind Leute gekommen, um hier dabei zu sein. Danke! Aus Villach. Aus Amstetten. Aus Losdorf. Thomas Schweckertz. Waldviertl. Wir sind aus Neunkirchen. Festere zum Wechsel. Extra angereist, ja. Das muss man mal gesehen haben. Hello, 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 hello. Rocktogether, Son of a Man. So great! Geile Stimmung. Leute, die einfach besonders mitmachen. Einfach eine geile Zeit. War letztes Jahr schon ein unvergängseliges Erlebnis. So rockt das Leben! Einfach mega geil. Geil hier zu sein. Geile Väter, geile Leute. Es geht um die Gemeinsamkeit. Es verbindet die Familie. Sehr schön und ich bin auch sehr aufgeregt. Es ist voll super. Ich träume so viel. Die Überraschung mit dem Orchester. Die war mega. Das hätten wir alle nicht erwartet. Das war Pui Super. Pui G! Pui Gell! Pui Gell! 1886 So rockt das Leben.